Hi, ich bin Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns das lateinische Pronomen iste, ista, istut genauer an. Ins Deutsche wird das Pronomen als jene bzw. jene übersetzt. Hierbei heißen die Formen nacheinander iste, ista, istut, istius, 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 isti, 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 istum, istam, istut, isto, ista, isto, isti, istai, ista, istorum, istarum, istorum, istis, 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 istos, istas, ista, istis, 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 istis. Und noch einmal alle Formen nacheinander aufgezählt, damit du dir die Formen besser merken kannst. Istte, istta, istut. Istius, istius, istius. Isti, istti, isti. Istum, istam, istut. Isto, istta, istu. Isti, istai, istta. Istorum, isttarum, isttorum. Istis, istis, istis. Isttos, istas, istta. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiterzuhelfen, benötigen wir dein Feedback. Was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür.